es ist mir halt immer so ins ohr schreiten so hallo hat sie bekommen zurück die ganz tag aus vergangenheit stufe eins zum vierten mal wenn das jetzt auch nicht funktioniert dann nehme ich einfach genau dasselbe mit wie ich es beim ersten mal schon mal dabei hatte so ja warum die halt auch immer nicht alle anfangen flöde zu spielen die erste runde ne da müssen wir diesen broccolus freak erstmal kaputt machen deswegen greift die tante da von hinten an so ich will aber nichts mehr hören hier ne legt mich doch langsam hier am sack ne das hier wird auch gar nicht schnell ich glaub dir kein mensch das wird jetzt hier ein bisschen tricky weil da haben nämlich zwei von den freaks nein es funktioniert schon aber du hast halt Zeitprobleme ne komm alter wir müssen halt mal hier so genau schön mal da hinten die stein freaks kaputt machen broccolus oder wie die dinge heißen so wie der mensch macht ja bei den stein broccolus oder wie die gesicht dann irgendwie auch nicht mehr wobei ich glaub das klappt sogar ganz gut sogar doch besser jetzt beim letzten mal kann das sein ich hab leider nicht mal am koffi das das letzte mal was ich da dabei hatte bums jeder vielen lieben dank fürs reinschauen, zuschauen, nachspielen vielen lieben dank, bis morgen da können es leider erst nach der arbeit machen aber euch lieb, ciao wieder rein du hast mich jenseit wirst du mich für die die кровität du hast anger perchayım